Musik 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 Schönen guten Tag, ich bin der Guido aus der Akustikgitarrenabteilung und möchte euch heute ein Ibanez Jam Pack in Dreiviertelgröße zeigen. Ein Komplettpaket für Einsteiger. Zum Beginn, wir zeigen mal, was alles dabei ist. Zu dem Einsteigerpaket gehört natürlich vorneweg die Gitarre, eine Dreiviertel-Gitarre, geeignet für die Altersklasse neun bis zwölf Jahre. Eine Größe unter vier Viertel mit einer 59er-Mensur. Das geeignete Instrument zum Beginn. Die Tasche gehört dazu. Rucksackgurte, damit geeignet, um auf dem Fahrrad mitgenommen zu werden, wenn es zum Unterricht geht und als Schutz für die Gitarre bestimmt ausreichend. Ein Ibanez Stimmgerät und eine Ibanez Zubehör-Tasche. Eigentlich hat man damit erstmal alles, was man braucht. Wenn man es komplett haben will, könnte man sich noch einen Satz Ersatzseiten dazu bestellen. Die Gitarre aus dem Ibanez Jam Pack ist gut geeignet, um damit zu lernen. Es ist ein einfaches, solide verarbeitetes Instrument, wo man sich keine Sorgen machen muss, wenn sie mal Heizungsluft ausgesetzt ist. Sie kann ruhig mal eine Stunde mitgenommen werden und im Park gespielt werden. Es wird sich nichts daran verziehen. Robust gebaut, gut stimmbar, gut spielbar. Sollten Sie noch Fragen zu dem Paket haben, sprechen Sie einfach mit den Kollegen im Telesales. Die können Ihnen alles dazu erklären und mit Sicherheit herausfinden, ob das Paket für Ihr Kind geeignet wäre.